Die Copperhead Finden wir deinen Bruder Ja Hey, hier können wir durch Ahhhhhhhhhh Es wird ein Albtraum wird das Es wird ein Albtraum Es wird eine richtige Zitterpartie Sind wir nicht schon 21 jetzt? Ja Das ist die Antwort Ah, wir sehen Haben sie gefunden Oh man Kann man nicht überspringen Ahhhh Es wird echt zur Zitterpartie noch werden Das ist der Sitz in der Falle Nathan Bleib wo du bist, wir kommen zu dir Hab unsere Ziele gefunden Das ist alles was sie können Das ist alles was sie können Hey, hier oben Mann Tut das gut dich zu sehen Komm, mach hin Ich bin dafür Jetzt kletter doch mal da hoch verdammt Was ist denn demseit scheiß Problem manchmal? 40 Minuten 40 Minuten, ey 40 Minuten, ey 40 Minuten 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 geht mir von den drüben wollte von wo alter geht es noch scheiße von wo unsere freunde sind zurück die 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 pfanzer aus Okay, komm. Yes. Oh Gott. So, jetzt aber mal ganz kurz nochmal nachspeichern. Wir sind hier fast passabel durch, ich komme nur ein Tod, aber... Oh, das wird eine richtige Zitterpartie. Das wird eine richtige, richtige Zitterpartie. Komm, Sequenz überspringen. Okay. Die Zitterpartie! Die Zitterpartie! Die Zitterpartie! Ich hab's mit der Panzerfaust, sie waren aber irgendwann noch Panzerfaust. Wieso hat er eigentlich jetzt, wieso hat er die andere Pistole genommen, wieso hat er nicht mehr die gute. Ah verdammt, Kamera. Gehst du denn mal? Was zum... Problem erkannt, Gefahr gewandt. Das ist purer Stress hier. Schleunigen. Oh nein, 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 nein. Schleunigen. Kann ich das wegdrücken? Eine halbe Stunde. Zali komm, helf mir hoch. Komm, helf mir hoch. Komm, helf mir hoch. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ey, ne halbe Stunde ist das. Ne halbe Stunde, ey. Zitterparty fängt richtig an. Kann ich das jetzt überspringen? Oh komm, ich kann es nicht überspringen. Zumindest aber kann ich mir jetzt eine Kippe drehen. Oh Gott, Leute. Die Zeit rennt uns davon. Steht echt extremst auf der Kippe. Jetzt kann ich sie überspringen, sehr schön. Okay. Okay. So. Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Ähm, genau. Ja, in den Wagen schieben, genau, genau. Hilf mir mal, Sam, genau. Wow. Wenn wir ihn mal schneller mit angepackt hätten, wären das wahrscheinlich auch ein, zwei Sekunden gewesen, die man gespart hätte. So. Schnell weiter. Keine Zeit zu verlieren. Mir fehlt wirklich ein Rennknopf. Nein, da ging es nicht hoch. Gibt jemand einen Ausweg? Hey Leute, hier durch. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Also sie funktioniert noch. Ich hoffe mal, dass er jetzt das Ding schnell triggert. Komm. Komm, mach hier. Los, Sam. Ja, kann mal einer hier bitte das triggern? Sam, du Arsch. Hm. Das sind diese Dinger, die ich meine, die viel zu viel Zeit kosten in dem Spiel. Dass die KI nicht sofort schaltet und... Ah, nervig. Gerade wenn es um... Kannst du mir kurz helfen? Gerade wenn es um Zeit geht. Na, na los, Nathan. Geschafft. Willkommen. Geschafft. Okay, jetzt spring auf und ich ziehe mich rüber. Okay, wir sind so weit. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, ich weiß nicht. Auf Zeit, Bangkok. Sechs Stunden. Wir sind... Wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit, ey. Das wird verdammt knapp, ey. Das wird verdammt knapp, Bangkok. Richtig knapp. Richtig knapp wird das. Jeder Tod kostet Zeit hier. In unter 6 Stunden muss es durch sein, Bangkok.